Jo, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe jetzt lang genug Pause gemacht und das heißt, ich muss jetzt langsam mal wieder ein Video machen. Und deshalb habe ich heute einfach eine Überraschung für euch, denn ich verlose heute was richtig cooles. Seid gespannt und wir sehen uns gleich nach dem Intro. Willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal und es kam jetzt sehr lange Zeit kein Video mehr. Und deshalb möchte ich mich jetzt so ein bisschen revanchieren, wie man das auch sonst sagt. Nee, ach Mann, komm. Nee, nee, sowas habe ich keinen Bock. Sorry, da bin ich gut. Ich habe mir in den letzten Wochen sehr viele Gedanken gemacht, wie es jetzt weitergehen wird auf YouTube und was jetzt so meine Vorstellungen und Pläne sind. Und ja, ich habe mir Pläne gemacht, Leute. Und deshalb kann ich euch heute sagen, dass ich jetzt ganz persönlich euch auch sagen kann, dass wir jetzt endlich ein Community-Teamspeak haben für Abonnenten. Und da gibt es auch verschiedene Ränge. Zum Beispiel haben wir einen Premium-Plus-Rang und einen YouTuber-Rang, die ganz interessant sein könnten für euch YouTuber. Wenn also einer von euch vielleicht Lust hat, drauf zu kommen, könnt ihr das gerne unter tubefriends.net. Das werde ich auch nochmal ganz oben in die Videobeschreibung verlinken. Ich habe eine neue Partnerschaft, Leute, und zwar mit Zapp Hosting. Die sponsern uns unseren Teamspeak-Server. Und was ganz geil ist, dass sie uns ein Gewinnspiel anbieten. Und zwar kann einer von euch ein Lifetime-Minecraft-Server gewinnen mit 20 Slots. Und vier Leute von euch können auch noch ein Minecraft-Server gewinnen mit einer dreimonatigen Laufzeit. Und wenn das mal nicht geil ist, Leute, weiß ich auch nicht. Ich erkläre euch jetzt mal ganz simpel, wie ihr daran teilnehmen könnt. Und das ist auch wirklich echt simpel. Und zwar geht ihr auf den ersten Link in der Videobeschreibung, den ich verlinkt habe. Das ist nämlich mein Zapp Hosting-Partner-Link. Und dann erstellt ihr bei Zapp Hosting auf der Homepage ein Benutzerkonto. Den Benutzernamen, den ihr da angebt, merkt ihr euch bitte oder kopiert den. Und schreibt den bitte als Kommentar unter meinem Video. Und schon nehmt ihr daran teil. Also es ist wirklich echt simpel. Und ihr könnt halt echt was Cooles gewinnen. Wenn sich bis jetzt dann einer gefragt hat, wie werde ich den Gewinner auslosen? Ich werde das Ganze per Zufallsgenerator machen. Also über eine Website werde das aufnehmen und werde euer Benutzernamen, sage ich mal, frei auslosen lassen durch den Generator. Ich werde da niemanden bevorzugen oder separat auswählen. Und das Ganze mache ich dann in einem extra Video auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch einfach mal ein Minecraft-Gameplay, wie ihr es schon festgestellt habt, dass ich gerade nicht live spiele. Und zwar habe ich über einen Monat kein Minecraft gespielt. Und deshalb musste ich einfach ein Gameplay nehmen, da ich einfach live für die ganzen Themen, die ich euch jetzt sagen möchte, überhaupt gar keinen Kopf hätte, irgendwie noch zu kommentieren. Und deshalb habe ich einfach mal ein Gameplay erspielt. Und ich habe es irgendwie hinbekommen, trotzdem ein ganz gutes Gameplay zu kriegen, auch wenn ich nicht gewonnen habe. Ihr wisst ja, ich bin ja jetzt nicht so der PvP-Pro. Ich habe die letzte Zeit auf meinem Kanal Neu-Talente gemacht, Leute. Ihr wisst es ja selber und ihr konntet euch ja auch bewerben. Das werde ich jetzt erstmal einschränken. Das heißt, ich werde die letzten Neu-Talente, die letzten Videos, die mir eingesendet wurden, das sind glaube ich noch drei oder vier auf meinen Kanal hochladen. Und dann werde ich die Serie erstmal beenden und dann geht es wieder los mit YouTuber des Monats, dass ich auch nur noch einen Top-YouTuber im Monat auf meinen Kanal vorstelle. Denn ich habe jetzt folgendes vor. Ich habe mir einen Plan gemacht und würde halt sehr gerne einen Upload-Plan machen. Was würdet ihr davon halten, Leute? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ich würde das dann nämlich wahrscheinlich so machen, dass ich dienstags und donnerstags ein Video um 18 Uhr hochlade. Und dafür Freitag, Samstag oder Sonntag oder alle drei Tage Livestream von 20 bis 22 Uhr zum Beispiel Minecraft. Und danach noch andere Games, weil ich denke mal nur Only Minecraft wird nicht so geil. Aber ihr könnt das gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Zu guter Letzt, Leute, habe ich noch eine Info für euch. Und zwar habe ich jetzt ein eigenes Blue Yeti-Merch. Und wenn ihr Lust habt, das euch mal anzuschauen, könnt ihr gerne oben rechts auf meinen Kanal auf das Merch-Symbol klicken. Und schon gelangt ihr zu meinen Merch. Ich habe den auch sonst noch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich finde den richtig cool. Ihr könnt gerne mal vorbeischauen, wenn er euch gefallen sollte. Natürlich auch gerne was bestellen, das ist ja keine Frage. Ihr würdet mich damit auch gerne unterstützen. So ist es nicht. Und ich würde auf jeden Fall den in meine Livestreams einbringen. Das heißt, ich möchte sehr gerne einfach mal so ein paar Oberteile verlosen an euch, verschenken. Und wenn ihr Bock darauf habt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, damit ich mir wirklich mal ein Bild machen kann, wie geht es jetzt aktuell weiter auf meinem Kanal. Was mache ich jetzt und dies, das, Ananas. Ja Leute, ich würde sagen, das war es mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es waren einfach viele Informationen heute mal. Aber trotzdem musste das einfach mal sein. Denn ich werde jetzt einfach Gast geben mit YouTube. Und ich hoffe, dass ihr euch darauf natürlich freut. Wie gesagt, macht gerne beim Gewinnspiel mit. Es ist ganz einfach. Ich habe es euch erklärt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Wir sehen uns die Tage. Haut rein und ciao.